Wenn man von Bernau am Chiemsee nach Südosten auf die Berge zufährt, liegen linke Hand, kurz vor dem Ort Grasau, die Kettelmüllfilzen. Sie sind eines der größten Hochmoore Bayerns. Nach dem großflächigen industriellen Torfabbau ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Gebiet ab 1992 wieder renaturiert. Die Kettelmüllfilzen haben sich aus der Verlandungszone des früher weit größeren Chiemsees entwickelt. Mit der zunehmenden Ausbreitung der Pflanzen wie Schilf und Säcken bildete sich zunächst ein Niedermoor. Durch die hohen Niederschlagsmengen im Alpenstau konnten sich Torfmoore als wichtige Torfbildner ansiedeln. Nach der Eiszeit war die Latschenkiefer weit verbreitet. Heute kann sie sich nur oberhalb der Waldgrenze und in Hochmooren gegen andere Gehölze durchsetzen. Am südlichen Ende der Kettelmüllfilzen liegt die Pumpstation Klaushäusel. Sie war ein Teil der Sohleleitung, die ab 1619 von Bad Reichenhall nach Traunstein und ab 1810 bis nach Rosenheim reichte. Das in den Nordalpen vorkommende Salz wurde zunächst in Wasser gelöst. Um anschließend festes Kochsalz zu erzeugen, brauchte man viel Brennholz. So entstanden die Salinen in Traunstein und in Rosenheim, wo sie über die Flüsse mit Brennholz versorgt werden konnten. Für den Weiterfluss der Sohle in der Pipeline waren in regelmäßigen Abständen Pumpstationen notwendig. Eine solche Pumpstation war das Klaushäusel. Im Maschinenhaus befindet sich die 150 Jahre alte Wassersäulenmaschine. Sie besteht aus einer Sohlepumpe, die von einem wasserbetriebenen Hubkolbenmotor angetrieben wird. Das Ganze wurde von dem bayerischen Ingenieur Georg Reichenbach entwickelt. Das langgestreckte Gebäude ist die Niederreserve mit zwei großen Vorratsbecken, damit die Maschine auch bei Leitungsunterbrechungen weiterarbeiten konnte. Am Hang oberhalb der Pumpstation liegt die Hochreserve. Dorthin wurde die Sohle aus dem unteren Sohlebecken den Berghang hinaufgepumpt. Auf halber Höhe liegt das Aufschlagwasserhaus, das das Wasser für den Hubkolbenmotor bereitstellte. Der Weg von Süden auf die Chiemgörer Hochplatte beginnt bei einem Bauernhof kurz oberhalb des Dalsenbachtals. Von hier geht es durch herrlichen Mischwald zur Oberauer Brunstalm. Hier dominieren Waldblumen wie Ackelei, Bergflockenblume und Waldvögelein. Auch das seltene Salomon-Siegel findet man. Nach der Oberauer Brunstalm steigt man einen breiten Wiesenrücken empor. Die Vegetation wechselt zu Wiesenblumen wie Mehlprimel, Kamille, Kugelblume und Berghannenfuß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am Ende der Wiese kommt man wieder in Bergwald, bestehend aus Lärchen und Buchen. Am Ende der Wiese kommt man wieder in Bergwald, bestehend aus Lärchen und Buchen. Dem Kampf folgend liegt der Teufelstein am Weg, ein wenig ausgeprägter Vorgipfel, damit ein wenig Kletterei erreicht werden kann. Er hat seinen Namen aufgrund eines Felsabbruchs mit zwei Löchern, durch die der Sage nach der Teufel gefahren sein soll. Die Route erreicht nun Lärchen-Gelände und kurze Zeit später steht man auf dem Gipfel der 1583 Meter hohen Chiemgauer Hochplatte. Sie ist ein ausgezeichneter Aussichtsberg, vor allem der Blick auf den Chiemsee fasziniert. Der Abstieg führt durch Lichten-Buchenwald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017